Die Kamera in Richtung des Schusses ist gut wegen, und dann schießen sie. Das heißt jetzt rechts liegen? Ja, nee. R1, will du das dann? Ja, R1 schießen sie. Sie schießen jetzt einfach zum Beispiel an sie. Ich hab nie, dass man mit irgendeinem Wort hat. Ja, einfach drücken. Genau, jetzt haben sie geschossen. Das machen sie immer am besten. Das heißt, wenn gegen den Fischlischer Schuss auf sich schießen, drücken sie am besten die Ecke. Dann rücken sie sich nicht ab und sie werden nicht hin. Das sehen sie aber auch meistens durch eine rote Machina. Am besten erstmal die beiden rote Schiffe erledigen. Hier zum Beispiel die Fliegerung. Da müssen sie am besten die Ecke rücken, um sich zu rücken. Das geht nicht mehr so genau. Hier ist es zum Beispiel, also wenn sie im Abseilmodus sind. Also R2 drücken. Da haben sie besseres Hintern und sie besseren die Kurve. Sie haben auch verschiedene Munitionstypen. Wenn sie zum Beispiel einmal R1 oder R2 gerundt haben. Hier haben sie mehrere Schüsse. Change-Shot, Great-Shot. Am besten erstmal die beiden drücken. Zerstören. Am effektivsten ist es, wenn sie nahe, zum Schutz stehen. Und den Fehlschalter. Also den Fehlschalter. Das ist wieder zum Beispiel, wenn sie gerade schicken. Das geht nicht mehr. Aber das ist ja die Ecke. Ich bin wirklich im Abseilmodus.